Hallo und herzlich willkommen. Ja, dies ist ein ganz kleines Video, was du gerne immer mal wieder abspielen darfst. Besonders, wenn du dich gerade nicht geliebt fühlst. Ja, lass dir sagen, ich liebe dich. Und das meine ich jetzt in Vertretung von der göttlichen Liebe. Meine persönliche Liebe kann ich ja so gar nicht sagen, weil ich dich vielleicht noch gar nicht kenne. Und doch kann ich aus der göttlichen Liebe heraus sagen, ich liebe dich. Und für alle, die es Englisch haben möchten, I love you. I love you. Ich liebe dich. Kannst du das schon ein bisschen spüren? Ansonsten drücke die Repeat-Taste. Lass es nochmal laufen. Ansonsten, I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Fühl dich geliebt. Feel loved. Fühl dich geliebt. Feel loved. Alles Gute für dich. Bis dann. Ei. Nee. Seid. Und du Ministrin.